Albert Einstein, 1879 bis 1955 Jedes Kind kennt dieses Bild. Es zeigt einen alten Mann mit einem wilden Wuschelkopf, einem faltigen Gesicht und einem großen Schnauzbart, der seinem Betrachter die Zunge rausstreckt. Ihr könnt mich allemal, könnte diese Geste heißen. Oder ich denke gar nicht daran, mich in irgendwelche gesellschaftlichen Normen zu fügen. Aber auch, lasst mich doch endlich alle in Ruhe. Wahrscheinlich will der 72-Jährige, der dieses Foto im Jahr seiner Aufnahme als Geburtstagskarte an alle Freunde und Verwandte schickt, von allem ein bisschen ausdrücken. Wahrscheinlich will er wieder einmal zum Ausdruck bringen, dass für ihn keine Regeln gelten und dass er mit Freude alle Tabus bricht. Der Mann auf dem Bild ist kein geringerer als der weltberühmte Physiker Albert Einstein. Geboren wird Albert am 14. März 1879 als erstes Kind von Hermann und Pauline Einstein in Ulm. Die Familie ist jüdischen Glaubens, praktiziert das jüdische Leben aber nicht. Statt sich an religiöse oder gesellschaftliche Konventionen zu halten, gelten die Einsteins als liberal und freigeistig. Sie lieben Literatur und Musik. Das strenge Obrigkeitsdenken, das in Deutschland vorherrscht, ist ihnen ein Gräuel. Als Albert ein halbes Jahr alt ist, zieht die Familie nach München. Der Junge entwickelt sich sehr zögerlich. Vor allem das Sprechen scheint ihm schwer zu fallen. Er ist bereits drei Jahre alt, als das erste Wort über seine Lippen kommt. Doch anders als sonst bei kleinen Kindern üblich, spricht er nicht nur einzelne Worte, sondern gleich lange, vollständige Sätze. Im Nachhinein heißt es in der Familie Einstein, Albert habe sich so viel Zeit mit dem Sprechen gelassen, weil er es besonders gut machen wollte. In München kommt 1881 Alberts Schwester Maria zur Welt. Sie wird von den Eltern liebevoll Maya genannt. Die Geschwister verbindet ein enges Band, das bis zu Mayas Tod 1951 niemals abreißen sollte. Entgegen vieler anderslautender Gerüchte ist Albert kein schlechter Schüler. In den mathematischen Fächern sind seine Leistungen so hervorragend, dass man ihn heute wohl als hochbegabt bezeichnen würde. Nur die Fremdsprachen bereiten ihm einige Mühe. Albert besucht zunächst eine Volksschule in München, kann dann 1888 aber aufgrund seiner guten Zensuren auf das Luitpold-Gymnasium wechseln. Das Luitpold, wie die Schule salopp genannt wird, ist Ende des 19. Jahrhunderts eine Elite-Lehranstalt. Mit militärischem Drill werden die Jungen zu gehorsamen Männern erzogen. Eine eigene Meinung, kritische Fragen oder gar selbstständiges Arbeiten sind nicht erwünscht. Im Gegenteil, als guter Schüler gilt, wer gut auswendig lernen kann. Für Albert ein inakzeptabler Zustand. Die liberale Erziehung in seinem Elternhaus hat ihn geprägt. Er versteht nicht, warum er sich an dieser Schule Autoritäten unterordnen soll, die er gar nicht als solche anerkennt. Immer wieder bekommt er Schwierigkeiten. Als die Eltern merken, dass Albert in der Schule nicht genug gefördert wird, lassen sie ihm zusätzlich Privatunterricht erteilen. Max Talmud, ein Medizinstudent, stillt ab 1889 einmal wöchentlich den immensen Wissensdurst des Jungen. Neben den Naturwissenschaften, für die sich Albert, seit er von seinem Vater einen Kompass bekommen hatte, extrem interessiert, steht auch jüdischer Religionsunterricht auf dem Lehrplan. Es dauert nicht lange, bis Talmud merkt, welche außergewöhnlichen Fähigkeiten in seinem Schüler stecken. Bald war der Flug seines mathematischen Genies so hoch, dass ich ihm nicht mehr folgen konnte, sagt er später über Albert. 1894 ziehen die Eltern mit Maya nach Italien. Sie lassen sich in Mailand nieder, weil der Vater hofft, dort beruflich Fuß fassen zu können. Albert soll in München bleiben und das Gymnasium beenden. Doch bereits nach sechs Monaten verlässt er das Luitpold ohne Abschluss und reißt der Familie hinterher. Der Drill in der Schule war ohne das freigeistige familiäre Umfeld für den inzwischen 15-Jährigen einfach unerträglich. In Mailand ist es Albert zunächst etwas langweilig. Er hat keine richtige Aufgabe und kennt keinen, mit dem er sich über seine naturwissenschaftlichen Forschungen austauschen kann. Da hat Onkel Jakob einen guten Tipp für den Jungen. In Zürich gibt es ein Polytechnikum, auf dem man auch ohne Abitur studieren kann. Von nun an büffelt Albert jeden Tag für die Aufnahmeprüfung, die im Oktober 1895 stattfinden soll. Aber das Glück ist ihm nicht holt. Obwohl er in den mathematischen Fächern brilliert, wird er abgelehnt. Seine Fremdsprachenkenntnisse reichen nicht aus. Um seinem Ziel trotzdem einen Schritt näher zu kommen, drückt Albert nun doch noch einmal die Schulbank. Er besucht die Kantonsschule im schweizerischen Aarau. Was er dort erlebt, ist mit seiner Schulerfahrung in München nicht zu vergleichen. Zum einen sind die Lehrinhalte sehr fortschrittlich. Neben humanistischen werden auch kaufmännisch-technische Inhalte gelehrt. Zum anderen wird viel Wert auf die Selbstständigkeit der Schüler gelegt. Für Albert das ideale Umfeld, um doch noch zu einem Schulabschluss zu kommen. Hier reift auch die Idee, sein Leben der theoretischen Physik zu widmen. Der Grundstein für die Entwicklung der Relativitätstheorie ist gelegt. Kaum hat Albert 1896 die Schule beendet, legt er die deutsche Staatsbürgerschaft ab. Er will Schweizer werden, denn der liberale Geist, der bei den Eidgenossen herrscht, sagt ihm so viel mehr zu als der Obrigkeitsgehorsam im wilhelminischen Deutschland. Dies ist auch ein Grund dafür, dass er sich entscheidet, sich noch einmal am Polytechnikum in Zürich zu bewerben, statt sich an einer renommierten Universität in Berlin oder Göttingen einzuschreiben. Dieses Mal wird Albert genommen. Er studiert Physik, besucht aber auch Vorlesungen in Geologie, Philosophie und Geschichte. Das Studium bereitet ihm wenig Mühe. Immer wieder glänzt er durch Abwesenheit. Den Grund dafür beschreibt er später so. Nach Abschluss der Studien kannte man die Vergangenheit der Physik, aber nicht ihre Gegenwart und ihre Zukunft. Wir waren also darauf angewiesen, die neue Literatur privat zu studieren. Während seiner Zeit am Polytechnikum lernt Albert Einstein die Serbin Mileva Maric kennen. Sie studiert ebenfalls Physik und verfolgt wie er große Ziele. Sie will sich als eine der ersten Frauen Europas als Naturwissenschaftlerin einen Namen machen. Neben dem gemeinsamen Studium verbinden die beiden auch bald private Interessen. Sie verlieben sich ineinander und beschließen, eine gemeinsame Familie zu gründen. Alberts Eltern sind gar nicht entzückt, als sie erfahren, dass die beiden sich im Jahr 1900 verloben. Vor allem seine Mutter sieht in der ehrgeizigen Serbin nicht die fürsorgliche und häusliche Frau, die sie sich für ihren Sohn gewünscht hatte. 1901 ist ein wichtiges Jahr in Alberts Leben. Er erhält die Schweizer Staatsbürgerschaft, veröffentlicht seine erste wissenschaftliche Arbeit, die in die Annalen der Physik eingeht und wird Aushilfslehrer in Schaffhausen und Winterthur. Mileva hat weniger Glück, sie fällt zweimal durch die Diplomprüfung und kann ihr Studium nicht abschließen. Als sie dann auch noch erfährt, dass sie ein Kind von Albert erwartet, geht sie zurück in ihre Heimat. Erst nach der Geburt von Tochter Liesal 1902 kehrt sie in die Schweiz zurück, allerdings ohne das Kind. Bis heute ist unklar, ob Albert Einstein seine Tochter jemals kennengelernt hat oder ob sie ihr ganzes Leben bei Milevas Familie in Serbien verbrachte. Als Albert und Mileva 1903 endlich heiraten, hat er bereits eine lukrative Stellung am Berner Patentamt. Er ist dort Experte dritter Klasse. Doch diese Tätigkeit lastet den jungen Wissenschaftler nicht aus. Zusammen mit dem Mathematiker Konrad Habicht und dem Philosophen Maurice Solowin debattiert er in der sogenannten Akademie Olympia über theoretische Physik, philosophische Fragen und zeitgenössische Literatur. Für Mileva eine schwere Zeit. Denn als 1904 Hans Albert geboren wird, erwartet ihre Umwelt, dass sie sich liebevoll um das Kind kümmert. Und so fügt sie sich widerwillig in ihre Rolle. Von ihrem Mann erhält die junge Mutter keine Unterstützung. Albert ist viel zu beschäftigt mit seinen Ideen und Visionen. 1905, dem sogenannten Wunderjahr, veröffentlicht er eine Reihe von Arbeiten, die ihn für immer unsterblich machen sollen. Im März beendet Albert seine Arbeit über die Lichtquantenhypothese, für die er 1921 den Nobelpreis erhält. Im April schließt er seine Forschung über die Bestimmung der Moleküldimension ab. Im Mai geht er mit der Arbeit zur Brownschen Bewegung erneut in die Annalen der Physik ein, ebenso wie mit der Arbeit zur Elektrodynamik bewegter Körper im Juni und seiner Herleitung der Äquivalenz von Masse und Energie, die in der Formel E gleich mc² gipfelt. All diese Veröffentlichungen bringen ihn auch beruflich voran. Im kommenden Jahr wird ihm die Doktorwürde verliehen und er erhält eine Beförderung zum Patentexperten zweiter Klasse. Inspiriert von den vielen Ideen und Bauplänen, die er im Patentamt tagtäglich zur Prüfung auf den Tisch bekommt, macht Albert auch selbst kleine Erfindungen. Keine davon sollte aber von großer Bedeutung sein. In den kommenden Jahren geht Alberts Universitätskarriere zügig voran. 1908 wird Einstein Privatdozent an der Universität Bern und im Jahr darauf folgt er einem Ruf an die Universität Zürich als außerordentlicher Professor für theoretische Physik. Herr Bedeutung ist ein paar Jahre lang.